Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. So, heute habe ich Ihnen einen Gesellen mitgebracht, der arbeitet für mich. Was macht er? Das ist ein Staubsauger, sieht gar nicht so aus. Naja, er kann auch ganz allein durch die Gegend, er ist ungeduldig, er möchte also loslaufen, ganz allein durch die Gegend gehen. Er ist relativ flach, er passt unter jedes Bett und wenn er anstößt, hier oder hier oder hier, dann merkt er das, bleibt stehen, fährt ein Stück zurück, ändert die Richtung und fährt weiter. Wie er arbeitet, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir haben das vorher schon mal aufgezeichnet und ich wollte ja sehen, ob es wirklich alles funktioniert, was da erzählt wird. Er läuft also ganz schön und lustig durch die Gegend herum, er saugt auch recht gut. 60 Minuten kann er mit einer Akkuladung arbeiten und dann braucht er so vier bis fünf Stunden, bis er wieder aufgeladen ist. Also, Sie können selbst sehen, dass er recht flott bei der Sache ist. Er sieht chaotisch aus, aber er kommt eigentlich überall hin mit diesem chaotischen Fahrweg. Ich arbeite auch chaotisch. Wir haben auch Zubehör dazu, nämlich eine Infrarotlichtschranke. Hier kommt ein Infrarotstrahl heraus und wenn er den passiert, dann erkennt er das, bleibt stehen, läuft zurück, ändert die Richtung. Das ist also wie so eine Schranke, wenn irgendwo, sagen Sie also, er soll nicht ins Schlafzimmer oder er soll nicht in die Küche oder sowas, stellen Sie das Teil da auf, funktioniert prima. Zubehör weiter, da haben wir hier unser Netzteil, ist klar, aufgeladen werden muss er, dann eine Bürste, um die Sachen sauber zu machen, ein Zusatzfilter, dann die Seitenbürste, die zeige ich Ihnen gleich noch von unten. Und ein Schüppchen habe ich noch nicht ganz rausbekommen, wofür das ist, aber für Joghurt ist es zu groß. Jetzt schauen wir das Gerät mal von unten an. Er ist also ganz massiv aufgebaut. Die Räder sind recht dick und grobstollig. Er kommt damit sogar auf Teppiche hoch und so. Das ist die Hauptbürste. Hier haben wir noch eine Gummibürste, die Zuführung. Hier das zweite Rad auch gefedert. Das ist die Seitenbürste. Damit schaufelt er den Schmutz quasi rein. Dann ist hier ein Infrarotsensor und hier sind noch weitere, dass er Treppenstufen, sowas erkennen kann und dann nicht meint, er müsste die Treppe runter, sondern da bleibt er auch stehen und ändert die Richtung. Dann ist hier hinten die Vakuumkammer und wenn ich ihn wieder umdrehe, dann haben wir hier den Staub- und Schmutzbehälter, den man dann einfach rausnimmt und leert, wenn er seine Arbeit gemacht hat. Er arbeitet gut, anständig, ordentlich, macht keinen Schmutz. Und ich muss noch lernen, wie man den Staubbehälter wieder rein macht, aber jetzt nehme ich ihn wieder mit und kann bei mir sauber machen.